In diesem Video geht es um die sogenannte natürliche Logarithmusfunktion und wir betrachten erste ganz elementare Eigenschaften. Die grundlegende Idee dabei ist, dass wir die natürliche Logarithmusfunktion einfach als Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion definieren. Wir sagen also, wir möchten unsere E-Funktion, die wir schon kennen, das ist die hier, die hellblaue, die möchten wir umkehren. Das Umkehren geschieht typischerweise grafisch anschaulich dadurch, dass wir den Graph der Funktion an der sogenannten Winkelhalbierenden, das ist das hier, spiegeln und dann den neuen Graph der Umkehrfunktion erhalten. Und diese Umkehrfunktion zeichnen wir mit ln und die hat dann den entsprechenden Definitionsbereich r größer 0 oder r plus nach r. Die Funktion ist also für negative Werte nicht definiert, das muss auch so sein, weil nämlich die Exponentialfunktion, die wir umkehren wollen, keine negativen Werte liefert und auch die 0 nicht liefert. Deswegen ist die Logarithmusfunktion weder für 0 noch für negative Werte definiert. Gucken wir nochmal zur Umkehrfunktion an. Wenn ich zum Beispiel x auf 5 setze, dann würde mir e hoch x liefern den Wert e hoch 5. Wenn ich das Ganze jetzt hier einsetze, den Logarithmus von 5, der Logarithmus von 5 liefert mir den Wert, den ich in die e-Funktion im Exponenten einsetzen müsste, damit das Ergebnis 5 ist. Das ist die Idee bei der Umkehrfunktion. Gucken wir dazu jetzt einmal die Eigenschaften im Vergleich an. Hier an auf der linken Seite ist die e-Funktion mit den Eigenschaften dargestellt. Auf der rechten Seite die Umkehrfunktion ln von x. Die e-Funktion habe ich jetzt mal mit f von x bezeichnet und die Umkehrfunktion mit f hoch minus 1 von x. Dieses f hoch minus 1 bedeutet an der Stelle Umkehrfunktion und das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie 1 durch f oder so etwas rechnen würden. Das ist nicht der Fall. f hoch minus 1 ist nur die Standardnotation für Umkehrfunktion. Die erste Sache, die uns auffällt, ist, dass natürlich Definitionsbereich und Wertebereich zwischen der e-Funktion und der Umkehrfunktion im natürlichen Logarithmus genau getauscht sind. Die e-Funktion ist definiert für ganz r, deswegen ist an der Stelle der Wertebereich des natürlichen Logarithmus ganz r und sie hat, die e-Funktion hat nur Werte aus r plus, also r größer 0 und deswegen ist die natürliche Logarithmusfunktion nur definiert auf diesem r plus. Was die Nullstellen angeht, die e-Funktion selber hat keine Nullstellen, der natürliche Logarithmus schon. Das liegt daran, dass e hoch 0,1 ist. Das heißt, an der Stelle ist deswegen der Logarithmus von 1 ist 0. Denken Sie dran, der Logarithmus liefert mir, was ich in den Exponenten schreiben muss, damit der entsprechende Wert rauskommt. Und in den Exponenten muss ich eben eine 0 schreiben bei der e-Funktion, damit 1 rauskommt, deswegen ist die Nullstelle bei 1. Das ist, dass der natürliche Logarithmus von 1 ist 0, weil damit 1 rauskommt, bei e hoch x muss ich halt x auf 0 setzen. Ganz entsprechend, weitere wichtige Werte, wir wissen, dass e hoch 1 e ist, deswegen ist die Umkehrfunktion von e 1. Das heißt, der natürliche Logarithmus von e, das ist 1. Und der natürliche Logarithmus von 1 durch e ist entsprechend minus 1. Gucken wir das noch einmal schriftlich an, warum das so ist. Wir haben e hoch 1, das ist e. Der ln von e liefert mir aber genau die Zahl, die ich einsetzen müsste in den Exponenten, damit e rauskommt. Also dieses e hier. Und dieser Wert, den ich da einsetzen muss, das ist die 1, also der Logarithmus von e ist 1, weil das der Exponent hier an der Stelle ist. Also diese 1 ist diese 1, die ich da einsetzen muss. Und dieses e hier, die Basis, die ist in dem Logarithmus kodiert, weil das ist der Logarithmus zur Basis e. Also das hier ist, also hier steckt drin, dass die Basis e ist. Basis e ist. Und das ist genau dieses e hier. Und so hängen die entsprechenden Teile bei der Exponentialfunktion, bei der Logarithmusfunktion zusammen. Also der Logarithmus liefert das, was e in den Exponenten muss. Und das waren auch schon die grundlegenden Eigenschaften der Logarithmusfunktion.